Kapitel 3 Der Einsatz Im nun folgenden Kapitel werden viele militärische Begriffe benutzt, um die Aktivitäten der verschiedenen Aspekte dieses Einsatzes zu beschreiben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass wir in keiner Weise etwas mit militärischen Manövern zu tun haben, schon gar nicht in dem Sinne, in dem die Menschen dieses Planeten diese Begriffe verwenden. Wir sind nicht hier, um einen Wandel zu erzwingen, denn wir wissen, dass Zwang nichts verwandelt. Und wir sind viel zu sehr am Wandel interessiert, um an derartige Maßnahmen auch nur zu denken. Wir befinden uns nicht im Krieg und es gibt keine Bösewichte, die zu schlagen wären. Es gibt nur das Angebot liebevoller Unterstützung an die Wesen, zu deren Befreiung wir gekommen sind. Ihr Glaube an die Existenz eines Feindes wird bald verfliegen, während ihr Planet die dritte Dimension verlässt, in der diese Illusion beheimatet ist. Wir haben die militärische Ausdrucksweise nicht gewählt, um sie in ihrem Aberglauben an einen äußeren Feind zu bestärken. Wir haben uns für diese Terminologie entschieden, weil wir schließlich irgendwelche Worte verwenden mussten und davon ausgegangen sind, dass ihnen allen das militärische Denken offenbar sehr geläufig und vertraut ist. Nur der Brennpunkt ihrer Aufmerksamkeit und ihr Bedürfnis nach einer mentalen Struktur haben uns zur Verwendung dieser Analogie veranlasst. Die militärische Terminologie drückt keineswegs in angemessener Weise aus, wer wir sind oder was wir tun. Leider wäre jede andere Analogie, für die wir uns hätten entscheiden können, genauso unangemessen gewesen. Es ist eben faktisch unmöglich, eine fünfdimensionale Gedankenform dreidimensional zu verpacken. Wenn Ihnen unser Gebrauch Ihrer Sprache missfällt, denken Sie also bitte daran, dass genau das der springende Punkt ist. Es ist Ihre Sprache. Deshalb wäre es uns ja auch lieber gewesen, wenn Sie sich vor Ihrer Ankunft mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht hätten, in Welten, in denen die Kommunikation rein ist und Fehlinterpretationen ausgeschlossen sind. Bleiben Sie sich also bewusst, dass es immer wieder die Möglichkeit von Missverständnissen geben wird, solange der Prozess Ihrer Wiedererweckung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Wir raten Ihnen dringend, behutsam vorzugehen. Auf keinen Fall dürfen Sie davon ausgehen, dass die hier von uns vorgestellten mentalen Konzepte den Gehalt unserer Gedanken vollständig vermitteln können. Denken Sie außerdem daran, dass dieser Einsatz keine militärische Bedrohung ist. Sein einziger Zweck besteht darin, Sie und Ihren Planeten bei einem reibungslosen Übergang in das Licht zu unterstützen. Sein einziges Motiv ist Liebe. Verschiedene Aufgaben Ein Überblick Wenn der Prozess des Erwachens abgeschlossen ist und auch schon während er noch abläuft, müssen Sie allmählich Ihren Posten einnehmen. Dieser Posten sieht bei jedem von Ihnen anders aus. Es sprengt den Rahmen dieses Handbuchs, alle Einsätze aufzulisten, die Sie bald durchführen sollen, weil jeder von Ihnen eine einzigartige Aufgabe zu erfüllen hat, die der Essenz seines Wesens entsprechend angelegt ist. Daher muss das Wissen über Ihre ureigene Aufgabe von innen kommen. Sie werden erkennen, dass Sie Ihre Spezialaufgabe erfüllen, wenn sich eine tiefe Resonanz mit Ihrem innersten Wesen einstellt. Die Leichtigkeit und Anmut, mit denen Ihr Leben dahin strömt, ist ebenfalls ein deutliches Zeichen dafür, dass Sie auf Ihre wahre Aufgabe ausgerichtet sind. Im Folgenden sind die Richtlinien für den Gesamteinsatz in groben Zügen dargestellt. Einige Bereiche wurden aufgrund Ihres heiklen Charakters bewusst ausgelassen. Das in diesem Kapitel des Handbuchs zur Verfügung gestellte Material wird jedoch ausreichen, um Ihre Erinnerungen an die unerwähnt bleibenden Bereiche aufzurufen. Denken Sie daran, dass es sich um eine Gemeinschaftsunternehmung handelt. Da keine Position wie die andere ist, ist niemand entbehrlich oder austauschbar. Die Einsatzleitung verlässt sich auf Sie alle, auf Ihre Meisterschaft und auf das gründliche Training, das Ihnen bei den vor Ihnen liegenden Aufgaben helfen wird. Die Kraft sei mit Ihnen. Die PLO Definition und Aufgabe Ungeachtet Ihrer besonderen Aufgaben sind Sie alle Mitglieder der PLO Planetare Lichtoperation Diese spirituelle Organisation darf nicht mit der politischen, irdischen PLO verwechselt werden, über die Sie ständig in der Zeitung lesen. Diese Gruppe basiert wie die meisten politischen Bewegungen der Menschen auf Angst und ist von Hass getrieben. Insofern hat sie mit uns oder mit dem, was wir tun, nichts gemein. Halten Sie das jedoch nicht für eine Aussage über die Haltung der Einsatzleitung zum Nahen Osten. Die Einsatzleitung hat keine politische Haltung zu irgendetwas. Wir haben eine spirituelle Haltung, die Ihre PLO mit dem gleichen Überdruss betrachtet wie alles andere auf diesem Planeten, als weitere Manifestation einer Welt, die vom Ursprung, von sich selbst und von jedem Miteinander abgeschnitten ist. Wir erwähnen die irdische PLO nur als Beispiel und weil ihre Mitglieder unser Kürzel benutzen. Die Aufgabe der wahren PLO ist die Unterstützung der wahren Befreiung des Planeten. Diese PLO ist hier, um dafür zu sorgen, dass das letzte Kapitel der Geschichte geschrieben wird. Rom muss zum letzten Mal fallen und die Geschichte muss ebenfalls zu einem Ende kommen. Dies und nichts anderes ist mit den Prophezeiungen vom bevorstehenden Ende der Welt gemeint. Die PLO Funktion hinsichtlich der Geschichte In ihrer Welt gilt Geschichtsschreibung als die Chronik von allem Wichtigen, was jemals geschehen ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die historische Geschichtsschreibung ist kaum mehr als die verzerrte Aufzeichnung endloser menschlicher Ego-Verrenkungen, deren einziger Zweck es war, den Zustand des Verleugnens zu verstärken. Da der Planet beschlossen hat, dass Nein nicht länger eine akzeptable Antwort sein kann, bleibt in historischen Zeiten nichts anderes übrig, als zu einem Ende zu kommen. Für alle, die noch kein erwachtes Mitglied der PLO sind, mag diese Vorstellung schwer zu verdauen sein. Für diejenigen, die noch nicht vollständig erwacht sind, nennt die Einsatzleitung nun einige Beispiele für die typischen Fehler der Geschichte, die zu ihrer letztlichen Beendigung führen. Diese Beispiele werden wahrscheinlich genauso schwierig zu verdauen sein. Beispiel A Sie werden zweifellos schon bemerkt haben, dass die Kulturen auf diesem Planeten mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit erblühen und wieder zerfallen. Die historischen Berichte über derartige Ereignisse geben ohne Ausnahme die Ursachen für den Niedergang an. Im Fall des Untergangs von Rom verweisen die Historiker etwa auf Faktoren wie moralische Dekadenz und eine bedauerliche Epidemie von Bleivergiftung. Das waren jedoch nur die Symptome für den Untergang, keinesfalls die wahren Ursachen. Der wahre Grund für das schwindelerregende Auf und Ab aller menschlichen Kulturen, Rom eingeschlossen, ist recht einfach zu verstehen. Ihre Ideologien, ihre politischen Systeme und Gesellschaftsstrukturen haben es nicht geschafft, irgendjemanden, vor allem sich selbst, aus dem Würgegriff der Angst zu befreien. Die Kulturen zerfallen also nur aus einem einzigen Grund. Ihr Fundament ist ausnahmslos Angst und Verleugnung. Ihre Bürger verlieren sich nach und nach in Orgien oder Wein und essen von Bleitellern. Entweder um sich von dieser schrecklichen Tatsache abzulenken oder um sich so schnell wie möglich aus ihrem Dunstkreis davonzumachen. Und weil dieser wahre Grund nie angesprochen wird, setzt sich die menschliche Knechtschaft von einer Kultur zur nächsten unablässig fort und stellt sicher, dass jede Kultur irgendwann in sich zusammenfällt. Genau genommen wiederholt die Geschichte sich nicht, sie gerät nur über ein Thema ins Stottern, das sie nicht angesprochen hat. Die Amerikaner sind ein weiteres ausgezeichnetes Beispiel dieses wiederholenden dysfunktionalen Zurücksinkens in Sklaverei und Kollaps. Geblendet von ihrer Unabhängigkeitserklärung bilden sie sich ein, frei zu sein. Nun können sie darüber abstimmen, wo das nächste Atomkraftwerk gebaut werden soll, anstelle darüber, ob es gebaut werden sollte. Sie können essen, was sie wollen, auch wenn ihre Nahrungskette total vergiftet ist. Und sie besitzen das unveräußerliche Recht, eine Stundung ihrer Steuern zu beantragen, wobei die Steuergelder dafür benutzt werden, sie umzubringen. Das dürften nicht so ganz die Freiheiten sein, die einst den Vätern der Verfassung vorschwebten. Die Tatsache, dass ihre persönlichen Gefängniszellen teuer und geschmacksvoll eingerichtet und mit einer Stereoanlage, Fernsehen und Videorekorde ausgerüstet sein können, ändert nichts daran, dass es sich um Gefängniszellen handelt. Es ist keine Freiheit, das eigene Leben um den Preis ökonomischen Überlebens zu verkaufen. Freiheit ist immer die Freiheit von Angst und Überlebenskampf. Das war die Freiheit, die in den Vereinigten Staaten ursprünglich erblühen sollte. In Wahrheit stand hinter den Autoren der amerikanischen Verfassung der Geist, nicht die Bank von Amerika, Fort Knox oder die amerikanische Steuerbehörde. Amerika lässt sich in seinem Tun von der Angst leiten. Damit wendet es sich emsig von seiner Bestimmung ab und taumelt dem bevorstehenden Zusammenbruch entgegen. Es befindet sich hier allerdings in guter Gesellschaft, denn der Rest der Welt verhält sich nicht anders. Die planetare Lichtoperation ist eine Manifestation des Geistes und sie ist hier, um dafür zu sorgen, dass alle Länder dieser Erde die Kehrtwende vollziehen und ihrer spirituellen Zukunft ins Auge blicken, anstatt unter dem Gewicht der Verleugnung kulturell zusammenzubrechen. Die PLO ist hier, um die Erde aus ihrem krankhaften historischen Kreislauf von Zerstörung und Verfall zu befreien. Die bisherige Geschichte der Erde hat außer der Verbreitung von Lügen wenig vorzuweisen. Selbst wenn ein historischer Bericht den betreffenden Ablauf genau wiedergibt, was normalerweise nicht der Fall ist, handelt es sich bei dem Ereignis, mit dessen Beschreibung er sich befasst, nur um die Umsetzung einer grundsätzlichen Lüge. Infolgedessen wird die Wahrheit, die in der Situation vielleicht gelegen haben mag, ausnahmslos verfehlt. Als Beispiel kann uns hier die Art und Weise dienen, in der die Amerikaner ihre blutige Eroberung des amerikanischen Westens historisch aufarbeiten. Jede Schilderungen sagt ihnen, dass die Weißen den Krieg gegen die heidnischen und wilden Indianer gewonnen haben. Diese Berichte sind nicht nur schamlos voreingenommen und verbergen sorgfältig die Lüge der Getrenntheit, die der Antrieb des Geschehens war. Selbst die Tatsache, dass das angeblich geschlagene indianische Volk der eigentliche Sieger war, wird überhaupt nicht erkannt. Sie haben den letzten Satz richtig gelesen. Die Indianer haben den Krieg gegen den Weißen Mann gewonnen. In diesem Krieg ging es um spirituellen Aufstieg und nicht darum, wer das Land unterwerfen würde. Die Indianer sind Repräsentanten der fünften Dimension und haben ihr Leben hingegeben, um sicherzustellen, dass die USA der spirituelle Riese werden würden, zu dem sie bestimmt waren. Die Geschichtsbücher sind unfähig, diese Tatsache wiederzugeben. Sie sind nichts weiter als eine Ausgeburt angsterfüllter nationaler Egoismen und haben folglich die Aufgabe, akribisch Material zu sammeln, mit dem sich diese Egoismen stützen lassen. Weil sie dem menschlichen Selbstbetrug dienen, ignorieren historische Berichte also vollkommen die größeren und tieferen Bewegungen des Geistes, die stets die einzige Wahrheit hinter jedem geschehen sind. Die planetare Lichtoperation ist hier, um sicherzustellen, dass der fünfdimensionale Sieg, den das indianische Volk in Wirklichkeit errungen hat, endlich zu Tage tritt und dass die dreidimensionalen Wunden, die in diesem Kampf geschlagen wurden, vollständig geheilt werden. Dann wird Amerika in seine wahre spirituelle Identität eintreten und entdecken, was es wirklich bedeutet, seine wahre Bestimmung zu manifestieren. Anmerkung Für diejenigen unter Ihnen, die Schwierigkeiten damit haben, die Wahrheit dieser Aussage zu verdauen, wollen wir ein weiteres historisches Beispiel anführen. Wenn Sie glauben, dass Japan den Zweiten Weltkrieg verloren hat, dann schauen Sie sich bitte doch mal auf Ihren Straßen um. Die PLO und die Friedensfeier Das Ende der Geschichte sollte nicht als ein angsteinflößendes Geschehen aufgefasst werden. Das angsteinflößende Geschehen war die Geschichte. Ihr Ende ist die Befreiung, die die Menschheit nicht ihrer Macht entkleiden, sondern erhöhen wird. In dem Maße, in dem sich das planetare Ego auf den Geist ausrichtet, wird es auch das Bedürfnis verlieren, sich gegen einen Feind zu verteidigen, den es gar nicht gibt. Es wird auch keinen Nutzen mehr darin sehen, diesen Prozess sorgfältig zu dokumentieren und diese Aufzeichnungen dann als schlechtes Beispiel an zukünftige Generationen weiterzureichen, damit die sich dann ein ebenso schlechtes Vorbild daran nehmen können. Die planetare Lichtoperation ist hier, um einen Energiepfad zu einem Zustand der Gnade zu bahnen. Dadurch wird sie es den Bewohnern dieses Planeten ermöglichen, sich von ihrer nationalen und persönlichen Geschichte zu befreien und ihren wahren inneren und äußeren Reichtum zu erleben. Die großen Feierlichkeiten nach der Beendigung eurer Weltkriege werden, neben dem globalen Fest des wahren Friedens und der Befreiung, das am Ende der historischen Zeiten stattfinden wird, wie schlappe Kaffeekränzchen aussehen. Das Vereinigte Stellare Pionierbataillon Viele von ihnen sind Spezialisten für bestimmte fünfdimensionale Techniken und gehören dem Vereinigten Stellaren Pionierbataillon an. Diese Organisation hat nichts mit entsprechenden irdischen Militäreinheiten zu tun, da deren ausschließlich dreidimensionale Techniken in Kürze überholt sein werden. Die Mitglieder des Vereinigten Stellaren Pionierbataillons sind Meister der Transmutation, der Hochfrequenz-Schwingungsmedizin und der Abrüstung dysfunktionaler Muster. Das Bataillon soll diese und weitere Technologien auf diese Ebene bringen und so die physische und spirituelle Veränderung erleichtern, die zurzeit vor sich geht. Für den Umgang mit der ehrfurchtgebietenden dimensionalen Erweiterung, die gerade stattfindet, ist die dreidimensionale Wissenschaft schlecht gerüstet, weil sie keine wahre Wissenschaft ist. Diese Wissenschaft ist wenig mehr als ein ausgefuchstes Messsystem, das man benutzt hat, um vermittels eines falschen Energiebegriffs die Umwelt zu beherrschen. Die menschliche Wissenschaft konnte sich in erster Linie deshalb nicht über das Niveau einer Pseudowissenschaft erheben, weil sie mehr auf Angst und Manipulation beruht als auf Liebe und Schöpfung. Ein weiterer Grund für ihre derzeitige Unfähigkeit, irgendetwas von Wert zu entdecken, liegt in ihrer Käuflichkeit. Die Forschungsetats werden von der Industrie bereitgestellt und kontrolliert. Und die Industrie hat ein ureigenes Interesse daran, jedwede Entwicklung zu blockieren, die diesen Planeten aus der ökonomischen Sklaverei befreien könnte. Daher hat sie ein Programm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen die Wissenschaftler im Grunde dafür bezahlt werden, keine Entdeckungen zu machen, die das gegenwärtige System über den Haufen werfen könnten. Die Wissenschaft stand folglich recht bald machtlos in der Ecke und durfte mit Ansehen, wie jedem weiteren dreidimensionalen Fortschritt erfolgreich der Riegel vorgeschoben wurde. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sie keinen nennenswerten Beitrag zum Transmutationsprozess zu leisten vermag. Aufgrund der verfahrenen Situation, in die sich die Erdwissenschaftler hinein manövriert haben, finden in ihren Reihen sich kaum Angehörige des Vereinigten Stellan-Pionierbataillons. Geschickt als Hausfrauen, Beamte, Friseure, Taxifahrer oder Reporter mit guten Umgangsformen getarnt, stehen diese Leute außerhalb des Reiches der Wissenschaft bereit und warten darauf, zur Tat gerufen zu werden. Dieser Ruf ertönt jetzt. Im Gegensatz zu ihrem dreidimensionalen Gegenstück besteht das Vereinigte Stellare-Pionierbataillon aus wirklichen Wissenschaftlern. Die Technologien dieser Wissenschaftler basieren auf Liebe, manifestieren das Licht und sind wahre Schöpfungsakte. Weil ihre Wissenschaften schöpferische Künste sind, haben diese Wissenschaftler nicht das Bedürfnis, das Leben systematisch zu sezieren. An der zerstörerischen Suche nach der Ursache für das vitale Ticken sind sie nicht interessiert. Stattdessen nehmen sie am Leben teil, um auch dort neue Möglichkeiten zu erschaffen, wo diese zuvor nicht zu existieren schienen. Dieses Bataillon hat vor allem die Aufgabe, Freifahrtscheine für den 5D-Express anzubieten und den Bewohnern des Planeten die Möglichkeit zu geben, aus der 3D-Bimmelbahn auszusteigen, mit der sie bisher langsam durch ihren angsterfüllten Kosmos getuckert sind. Die technischen Mitglieder des Vereinigten Stellaren-Pionierbataillons sind hier, um sie über die letzte Grenze hinauszuführen. Diese Grenze ist die Schöpfung. Der Eintritt in den Weltraum ist deshalb nur eine natürliche Konsequenz. Der Schlüssel zum interstellaren Reisen liegt in der meisterhaften Beherrschung des Schöpfungsprozesses, nicht in technologischen Eroberungstaten. Das Erlangen dieser Meisterschaft wird die Planetenbewohner aus ihrer Lähmung herausführen und in der Folge wird es sie auch aus ihrem Sonnensystem, ihrer Galaxie und ihrer Dimension herausführen. Das Vereinigte Stellare-Pionierbataillon ist hier, um die Pforten zu Technologien zu öffnen, von denen sie bislang nicht einmal zu träumen wagten. Diese Technologien sind die legitimen Kinder des Geistes, des Geistes, nicht jene rechtlose Nachkommenschaft, die aus der unheiligen Verbindung der Manipulation mit den angsterfüllten Machenschaften des Verstandes hervorging. Das Pionierbataillon ist hier, um das Tor zu den Sternen zu öffnen und die Erde und ihre Bewohnerschaft an ihren angestammten und fürstlichen Platz unter den unermesslichen Schöpferkräften des weiten Universums zu geleiten. Erwachsene Kinder dysfunktionaler Erdlinge kurz EKDE Diese Bezeichnung mag nicht nach einer eigenen Berufsgruppe klingen, aber es ist eine und sie alle gehören dazu. Manche Einsatzteilnehmer sind allerdings in der Kunst des Wiederaufwachens ganz besonders geschickt. Deshalb haben sie die ausgezeichnete Fähigkeit entwickelt, anderen Erdlingen bei dem Prozess der Genesung hilfreich unter die Arme zu greifen. Diese Gruppe wird als EKDE erster Klasse bezeichnet. Ihre Mitglieder sind darauf spezialisiert, sich zu ihrer eigenen wahren Großartigkeit zu bekennen. Diese Vorhut der EKDE ist für dramatische Bewusstseinsveränderungen in sehr hoher Geschwindigkeit bekannt. Wenn das Bild auf ihrem Führerschein allmählich so aussieht, als wäre es während eines Vortrags über frühere Leben aufgenommen oder wenn es Ihnen wie ein Foto aus einem Maskenball vorkommt, an den Sie sich gar nicht erinnern können, dann können Sie sich sicher sein, dass auch Sie ein EKDE erster Klasse sind. Die Mitglieder der EKDE führen auch die kosmische Schnellkur zur Gewichtsabnahme mit besonderem Erfolg durch. Ihr physischer Körper muss die Wirksamkeit der Diät nicht unbedingt widerspiegeln, aber sie zeigt sich immer an ihrer Aura. Der erste und einzige Schritt der Kur besteht darin, sich nicht mehr zu verstecken. Die EKDEs erster Klasse sind in der Lage, das über Nacht zu tun. Sie wachen des Morgens auf und lachen über Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre Hypotheken und besonders über Ihre angebliche Karriere. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, explosionsartig in Ihre volle Gegenwart einzutreten und Ihre Souveränität anzunehmen, ohne dies schon zwei Wochen vorher bei Freunden und Kollegen anzukündigen. Infolge dieser Fähigkeit sind Sie unersetzlich bei der Aufgabe, die unsinnigen Spiele der Menschen in ihrer Umgebung auffliegen zu lassen. Erwachsene Kinder dysfunktionaler Erdlinge gehören zur vordersten Front des planetaren Erneuerungsprojekts der Einsatzleitung und ihre Hilfstruppen bilden bei der menschlichen Befreiung die schwere Artillerie. Die Mascheinheiten Die mobilen astralen Sanitätshospitäler oder Mascheinheiten sind überall auf dem Planeten und auch außerhalb des Planeten stationiert. Das medizinische Personal besteht aus Meistern der interdimensionalen inneren Medizin. Wie das Vereinigte Stellare Pionierbataillon sind die Angehörigen dieser Einheiten zum größten Teil nicht unter den etablierten medizinischen Berufen zu finden. Das für den Transmutationsprozess erforderliche biologische Wissen geht über den Horizont dieses Berufsstands hinaus. Glücklicherweise stehen ihm damit auch die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung. Wenn die Schulmedizin durch irgendeinen dummen Zufall in die Lage versetzt würde, Transmutationen korrekt zu diagnostizieren, dann würde sie sich vermutlich auf der Stelle an die Entwicklung eines Impfstoffs begeben, der der Transmutation vorbeugt. Oder sie würde ein Medikament erfinden, mit dem sie komplett abgewürgt werden kann. Die Einsatzleitung empfiehlt weder das eine noch das andere. Wenn die Symptome andauern, raten wir Ihnen, stattdessen Ihren ansässigen interdimensionalen Arzt aufzusuchen. Zu diesem Zweck gehen Sie einfach in sich und verlangen die Masch-Notleitung. Wenn die Verbindung hergestellt ist, bitten Sie um die benötigte Hilfe. Ein Mitglied der Mascheinheit wird in der einen oder anderen Dimension auf Ihren Anruf reagieren. Eines der häufigsten Transmutationssymptome ist Erschöpfung, die normalerweise zu einem als Ausbrennen bezeichneten Phänomen führt. Das ist nur natürlich, weil der physische Körper seine zelluläre Struktur neu ordnet, um sich auf eine kulinarische Umstellung vorzubereiten. Seine Nahrung wird künftig nicht mehr aus Hamburgern mit Pommes frites bestehen, sondern aus reinem Licht. Lassen Sie sich durch die aus diesem Prozess resultierende Müdigkeit nicht beunruhigen. Es wäre angesichts des Zustandes Ihrer Nahrungskette alarmierender, wenn diese Umstellung nicht stattfinden würde. Ein weiteres häufig beobachtetes Symptom ist die Transmutationsgrippe. Dabei handelt es sich genau genommen um einen ganzen Komplex von Beschwerden, mit denen der Emotionalkörper reagiert, wenn er den Eindruck hat, entkleidet, ausgeräuchert und umgeformt zu werden. Schenken Sie diesem Zustand nicht allzu viel Aufmerksamkeit, da der Emotionalkörper sowieso etwas gegen die ganze Transmutationsgeschichte hat und dazu neigt, ständig herumzunörgeln. Der Mentalkörper kann sich übrigens ähnlich verhalten. Wenn er mitbekommt, wie der Geist das Kommando übernimmt, dann hat er möglicherweise Angst, dass er nun gefeuert wird und teilt ihn mit, er leide an lebensbedrohlicher Verwehrtheit. Da ist natürlich nichts dran und es mag nützlich sein, daran zu denken, dass der Mentalkörper die Dinge gern missinterpretiert und falsch darstellt. Wenn dieser Trick nicht funktioniert, dann kommt der Verstand vielleicht mit der Behauptung, er könne sich plötzlich an rein gar nichts mehr erinnern, als ob das ein eindeutiger Beweis für die schrecklichen Gefahren der Transmutation wäre und einen sofortigen Rückzug begründen würde. Beachten Sie so etwas am besten gar nicht. Die Vergangenheit wird lediglich gerade als mentaler Bezugspunkt entfernt und durch ekstatische Zukunftsmodelle ersetzt. Das Bewusstsein kann sich an nichts erinnern, weil alle nutzlosen Daten aus seinen Speichern gelöscht werden. Was es als unmittelbar drohende Gefahr wahrnimmt, ist in Wirklichkeit seine unmittelbar bevorstehende Befreiung. Schließlich werden zweifellos das Ego und die Persönlichkeit mit einer wahren Litanei von Klagen auf den Plan treten. Wenn Sie diesem Gezeter auch nur eine Spur von Glauben schenken, werden Ihnen die Haare zu Berge stehen. Hören Sie also nicht hin. Wie der Verstand haben auch diese beiden keine Ahnung, was hier vorgeht. Ihre Angst, von nun an überflüssig zu sein, bringt Sie dazu, die eigene Umstrukturierung ziemlich finster darzustellen. Die Symptome, die Sie erleben können, entbehren zwar weitgehend jeglicher ernsthaften physischen Grundlage, können jedoch trotzdem unangenehm und entnervend sein. Ihr altes Leben stirbt ab, Ihr neues Leben tritt nach und nach in Erscheinung. Dieser Prozess kann mit einigen körperlichen und emotionalen Störungen einhergehen. Wenn während Ihres Geburtsprozesses zu starke Beschwerden auftreten, melden Sie sich in einem der Erholungsräume, die mit Mitgliedern unserer Mascheinheit besetzt sind. Die Mascheinheiten sind auf solche Fälle spezialisiert und werden Ihnen helfen, auf allen Ebenen ungefährdet auseinanderzufallen. Transmutationstherapie Die Transmutation ist definitiv unheilbar und Sie sollten eine derartige Heilung auch gar nicht anstreben, schließlich ist die Transmutation die Heilung. Sie ist ein natürlicher Prozess, der für den nächsten Schritt in Ihrer Evolution absolut notwendig ist. Nur über die Transmutationen werden Sie in der Lage sein, dem Feld erhöhter Schwingungsenergie, in das Sie demnächst eintreten, standzuhalten. Die beste Kur besteht in diesem Fall darin, den entscheidenden Veränderungen zuzustimmen und sie zu unterstützen. Für die freiwillige Zustimmung ist der Patient zuständig. Die Unterstützung liegt in den kompetenten Händen der Mascheinheit. Die Hauptfunktion des dortigen Personals besteht darin, dass bestens ausgebildete Fachleute beim planetaren Geburtsprozess helfen. Das Mitarbeiterteam der Mascheinheit besteht aus interdimensionalen Hebammen, die hierher gesandt wurden, um der Bevölkerung des Planeten und dem Planeten selbst durch das Trauma und die Schmerzen zu helfen, die diesen ehrfurchtgebietenden Akt des spirituellen Erwachens begleiten. Sie sind als Spezialisten für Transmutationsprozesse gut gerüstet, um mit allen physischen, emotionalen und körperlichen Komplikationen, die das Erscheinen des neuen Lebens mit sich bringen kann, fertig zu werden. Alle Mascheinheiten, sowohl auf dem Planeten wie außerhalb, sind bereit und warten auf Anrufe von denen Sie sofort an die Orte der Entbindung versetzt werden. Für nähere Informationen über bestimmte chirurgische Verfahren siehe unter Interdimensionale Gehirnchirurgie und Diagnostische Emotionalkörperchirurgie im Kapitel Hilfsangebote. Sie können mit den Mascheinheiten Kontakt aufnehmen, indem Sie nach innen gehen und 112 wählen. Die Codesprecher Im Zweiten Weltkrieg gab es bei der US-Army eine Gruppe von Navajo-Indianern, denen es gelang, die Japaner zu überlisten, indem sie einfach in ihrer Muttersprache miteinander kommunizierten. Aufgaben und Techniken der Codesprecher sind bei diesem Einsatz ähnlich gelagert, wenn auch die Richtlinien für Codesprecher seit 1945 wesentlich geändert worden sind. Ihre Aufgabe besteht jetzt darin, den Einwohnern des Planeten Informationen zu bringen, anstatt sie ihnen vorzuenthalten. Indem sie in ihrer jeweiligen Muttersprache reden, sind die in letzter Zeit eingetroffenen Codesprecher in der Lage, den Kulturen, in denen sie leben, entscheidende interdimensionale Informationen zu überbringen, während sie gleichzeitig die linearen Bewusstseinsabläufe und Modelle dieser Kulturen umgehen. Und genauso wie den Japanern, das Navajo spanisch vorkam, sind die verdeckten Mitteilungen der Codesprecher für die Bevölkerung vor Ort unverständlich und vollkommen dechiffriersicher. Die Einsatzleitung kann dies mit absoluter Sicherheit sagen, denn den Code zu knacken, käme der Fähigkeit gleich, die enthaltene Information ins Englische oder in eine andere lineare Sprache zu übersetzen. Im Fall dieses Codesystems würde das dem Versuch entsprechen, ein dreidimensionales Objekt auf eine zweidimensionale Ebene zu bringen, was schlicht unmöglich ist. Die Einsatzleitung könnte den Schlüssel für den Code sogar öffentlich im Radio durchgeben, ohne dass irgendjemand dahinter kommen würde. Denn exakt die Methoden, mit denen die Erdlinge der Sache auf die Schliche kommen wollten, würden verhindern, dass sie hier jemals durchblicken. Die Codesprecher sind geschickt über den gesamten Planeten verteilt und ihre Funktion ist entscheidend für den Erfolg der Mission. Aus diesem Grund gibt die Einsatzleitung keine weiteren Informationen über nähere Umstände oder besondere Aufgaben preis. Das dient zum Schutz der Codesprecher. Schließlich können wir nicht sicher sein, dass am Ende doch irgendein Spinner dieses Handbuch liest, das Codesprechen möglicherweise für einen unamerikanischen für einen unamerikanischen Umtrieb hält und wieder einmal eine nationale Inquisition vom Zaun bricht. Des Weiteren können wir nicht sicher sein, dass irgendein dem vergangenen Zeitalter verhafteter Geschäftsmann dieses Material in die Finger bekommt und sich nicht die wunderbare Gelegenheit entgehen lässt, die Mitteilungen zu vermarkten. Zwar ist jeder Versuch, die Codesprecher zu stören, letztlich zum Scheitern verurteilt, aber die Einsatzleitung ist in dieser Hinsicht vorsichtig, um Störungen im inneruniversalen Kommunikationssystem zu vermeiden. Wenn Ihnen aufgrund dieses unvermeidlichen Fehlens von Details und näheren Angaben weiterhin unklar ist, ob Sie nun ein Codesprecher sind oder nicht, dann kann Ihnen vielleicht Ihre Reaktion auf dieses Buch Aufschluss geben. Falls Ihnen die kosmische Bedienungsanleitung zur planetaren Evolution absolut sinnvoll erscheint und Sie am liebsten irgendwo zwischen die wunderbare Welt des Makrami und jetzt repariere ich mein Auto in Ihr Bücherregal stellen möchten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ein Codesprecher mit einem speziellen Auftrag sind. Die interuniversale Bankengemeinschaft Die interuniversale Bankengemeinschaft Die Mitglieder der interuniversalen Bankengemeinschaft sind hier, um dabei zu helfen, die Dysfunktionalität der Wirtschaftsstrukturen dieser Welt abzubauen. Als wahre Künstler im Umgang mit Plastikgeld sind Sie bewaffnet mit echten Mastercards, unbegrenztem Kredit und dem Wissen, wie man damit an alles herankommen kann. Die Grundlage Ihrer Meisterschaft besteht darin, dass Sie die Plastizität der Wirklichkeit auch ganz plastisch verstanden haben. Sie lassen sich durch Formen nicht verwirren. Sie erschaffen sie. Sie wissen, dass Ihre Aufmerksamkeit und Begeisterung die Grundlage der Realität bilden, die Sie erbauen. Daher spezialisieren Sie sich darauf, Ihr Bewusstsein von der Dysfunktionalität abzuziehen und es stattdessen auf die spirituelle Wahrheit zu richten. Aufgrund Ihrer Bemühungen werden wir in Kürze in der Lage sein, den Bewohnern des Planeten ein entwicklungsfähiges wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm zu präsentieren. Einen wichtigen Punkt dieses Programms wird die erneute Ausrichtung des Planeten am System der göttlichen Ökonomie bilden, dessen Wirken sich der überwiegende Teil des Universums derzeit bereits erfreut. Die Aktivitäten der interuniversalen Bankengemeinschaft werden die planetare Erkenntnis fördern, dass Leben sich niemals das Recht auf Leben verdienen muss. Diese Aussage ist keine ökonomische Ketzerei, sie ist befreiend und beruht auf Wahrheit. Wenn die Menschheit diese Medizin erst einmal geschluckt hat, wird der mühsame Überlebenskampf in sich zusammenfallen. Stattdessen wird es unendlichen Überfluss geben. Der gesamten menschlichen Spezies wird von der interuniversalen Bank jetzt ein Blankoscheck ausgestellt und die Bankiers sind hier, um unbegrenzten menschlichen Kredit zu genehmigen. Die Einsatzleitung empfiehlt baldige Antragstellung. Der intergalaktische Maklerausschuss Die Mitglieder des intergalaktischen Maklerausschusses spezialisieren sich auf den Rückerwerb des gesamten planetarischen Immobilienbesitzes für die zukünftige Erschließung als Weltraumpanoramaland. In dem Maße, in dem der Ausschuss Grundstücke übernimmt, werden viele der gegenwärtigen Eigentümer vertrieben. Das bedeutet aber nicht, dass die dritte Welt nun in ihr Land einmarschiert und ihre Einkaufszentren stürmt. Es bedeutet, dass der Überlebenskampf vorbei ist. Die Systeme der alten Welt sind im Zusammenbruch begriffen. Wer trotzdem noch auf der Basis dieser Systeme weitermachen will, wird höflich gebeten, die Erde zu verlassen. Die Angst, die als zentrale Antriebskraft hinter den alten Systemen steckt, wird nämlich derzeit auf einen anderen Planeten versetzt, auf dem die Untereinheiten dieser Kraft noch willkommen sind. Der intergalaktische Maklerausschuss hat diesen Planeten bereits in die interdimensionale Kartei für die Wiederbesiedlung durch die Kräfte des Lichts aufgenommen. Der Ausschuss ist auf dieser Ebene präsent, um dafür zu sorgen, dass der Wahnsinn des persönlichen Besitzes auf diesem Planeten zu einem natürlichen Ende kommt und dass die Illusion des planetaren Eigentums durch das rechtmäßige Prinzip der planetaren Pflegschaft ersetzt wird. Dabei handelt es sich um das Geburtsrecht, das ohnehin von vornherein beabsichtigt war. Es ist das Erbe, das auf diesem kostbaren Planeten wahre Gleichheit und Überfluss mit sich bringen wird. Der rechtmäßige Erbe der Erde ist das Licht. Unsere Makler sind hier, um sicherzustellen, dass die Vertragsbedingungen bei der Überschreibung an den legitimen Erben korrekt aufgesetzt werden. Die kosmischen Computerfreaks Einige Einsatzteilnehmer dienen in unserer Computerspezialeinheit als Fachleute für interdimensionale Vernetzung. Sie sind die kosmischen Computerfreaks dieses Einsatzes und können als Bindeglieder zwischen den Dimensionen agieren. Diese Abteilung hat sich auf die Übersetzung dreidimensionaler binärer Computersprache in ein einheitliches fünfdimensionales Sprachsystem spezialisiert. Zwar wird Ihnen jeder Computerexperte auf diesem Planeten sagen, dass eine solche Übertragung unmöglich ist, aber damit meint er im Grunde nur, dass er selbst es nicht kann. Deshalb werden wir diese Leute auch nicht darum bitten. Wir haben stattdessen unsere eigenen Spezialisten losgeschickt. Eine weitere Aufgabe dieser Abteilung ist die Lieferung neuer Software auf diese Ebene und zwar in Form von Programmen, die bisher niemand auch nur im Traum für möglich gehalten hätte. Diese Programme sind fünfdimensional angelegt und beziehen sich auf jeden Aspekt des Transmutationsprozesses. Sie können die vorhandenen konfusen und dysfunktionalen Programme nicht nur entwirren, sondern sie auch erneut auf unsere Datenbasis ausrichten, die sie automatisch zurück ins Licht reprogrammieren wird. Unser Computerteam ist hier, um unsere neue Software in Vorbereitung der endgültigen Dimensionsankopplung auf dem ganzen Globus zu verteilen. Ihre Körper sind die Silikonchips unserer Computermatrix und ihre Gegenwart ist das Keyboard unseres Systems. Sie sind modernste Hardware, völlig immun gegen Computerviren und äußerst benutzerfreundlich. Die Regenbogenkrieger Die Regenbogenkrieger sind Krieger des Geistes. Alle, die an diesem Einsatz teilnehmen, sind Regenbogenkrieger. Gemäß der indianischen Prophezeiungen haben sich jetzt intergalaktische und interdimensionale Kräfte auf diesem Planeten versammelt, um die Erde im Namen des Geistes zu befreien. Die indianischen Völker sind Gesandte der fünften Dimension und besitzen eigene private Zugänge zur spirituellen Wahrheit. Wie viele Stämme vorhergesagt haben, kehrt jetzt ein machtvoller Geist zurück, um die Erde aus Niedergang und Verzweiflung in ein neues und glorreiches Reich empor zu heben, in dem der Geist der Liebe herrscht. In der indianischen Vision drückt das Wort Regenbogen aus, dass es sich dabei um ein globales Ereignis handelt, das nicht auf einen Stamm, ein Volk oder eine Rasse beschränkt ist. Die übergeordnete Wahrheit lautet, dass es nicht einmal auf diesen Planeten beschränkt ist. Alle Universen des Lichts haben ihre Vertreter gesandt, um den Weg für die nahende Ära von Befreiung und Leben freizumachen. Der Regenbogen, den sie repräsentieren, geht weit über das Lichtspektrum hinaus, das die Menschen dieses Planeten jemals gesehen haben. Seine Farben sind reicher und strahlender als das offenbaren konnte. Die Regenbogenkrieger sind ein lebendiger Ausdruck des neuen Lichts und wurden von der Einsatzleitung zu Ehren der Indianer, ihrer Prophezeiungen und all ihrer Geistesverwandten ausgesandt. Die großen Universen des Lichts grüßen unsere indianische Delegation und gratulieren zu der guten Arbeit, die sie geleistet hat. Das Königreich des Lichts, das die Indianer vorhergesehen haben, bricht an, während sie diese Worte hören. Die königlich himmlische Luftwaffe Die königlich himmlische Luftwaffe ist viel viel größer als die Luftwaffen aller Nationen auf diesem Planeten zusammengenommen. Sie ist eine Division des obersten Lichtkommandos. Als solche ist sie stärker als jede Militärkraft, die dieser Planet jemals hervorgebracht hat. Alle bedeutenden Staatsoberhäupter der Erde sind über unsere Gegenwart informiert worden und haben die Versicherung erhalten, dass all ihre kleinen Star Wars Waffen nie die Gelegenheit zum Einsatz bekommen werden. Darüber sind sie deshalb bisher nicht informiert worden, weil die Militärstreitkräfte der Erde angesichts der entsetzlichen Vorstellung, dass ihre Spielzeugflinten nichts nützen, außer sich sind. Außerdem wollen sie nicht, dass sie erfahren, wie sinnlos ihre umweltzerstörenden Militärabenteuer in Wirklichkeit sind. Um es mit einem irdischen Ausdruck ganz krass zu sagen, sie wollen ihren eigenen Arsch retten. Unsere Anwesenheit im Bereich ihres Planeten dient in keiner Weise einer Invasion. Wenn wir das beabsichtigen würden, hätten wir es schon lange tun können. Wir haben diesen Planet mit unseren Schiffen umringt, um ein Resonanzfeld zu bilden, das der Erde bei ihrem Transmutationsprozess hilft. Unsere Gefährte sind auch deshalb hier, um die Angehörigen unserer Bodentruppen, die den Transmutationsprozess auf der Oberfläche des Planeten fördern, zu schützen und die Kommunikation mit ihnen aufrecht zu erhalten. Unsere Mannschaften rufen ständig Daten von den Bodentruppen ab. Dies dient dazu, sie bei ihrem Erweckungsprozess zu unterstützen und sicher zu stellen, dass sie rechtzeitig ihre jeweiligen Positionen einnehmen. Wir sind in der Lage, Einsatzteilnehmer jederzeit zu unseren Schiffen zurückzurufen, um ihnen weitere Unterweisungen zu geben und ihnen zu helfen. Übrigens tun wir das auch ständig. Zwar ist die Macht der königlich-himnischen Luftwaffe größer als alles, was die Einwohner des Planeten je gesehen haben, aber auch unsere Liebe ist größer als alles, wovon sie je zu träumen gewagt hätten. Die Erde ist durch unsere Gegenwart nicht gefährdet. Sie wird erhöht, denn wir sind hier, um sie beim Sprengen ihrer Fesseln zu unterstützen und ihr zu helfen, ihre königliche Bestimmung zu erfüllen. Unsere Schwadronen stehen ihr dienstbereit zur Seite und sorgen dafür, dass sie ungefährdet in das Licht geboren werden kann. Wir sind die königlich-himnische Luftwaffe und stehen aus unserer Liebe heraus der gesamten Menschheit zu diensten. Dieser Absatz ist eine Übersetzung aus einer Direktdurchgabe des Oberbefehlshabers der königlich-himmlischen Luftwaffe. Die Quark-Allianz Als Teilnehmer an diesem Einsatz und Angehöriger des planetaren Übergangsteams sollten Sie sich der Existenz der Quark-Allianz bewusst sein. Sie können dieser Allianz zwar nicht beitreten, aber diese Allianz steht Ihnen bei. Zu Ihrer Information erklären wir daher an dieser Stelle kurz Ihre Funktion. Die Quark-Allianz ist eine sehr mächtige Organisation, deren Arbeit nicht unmittelbar ersichtlich ist, weil sie in den subatomaren Zuständigkeitsbereich fällt. Die menschliche Wissenschaft geht über die Existenz dieser Allianz und ihrer Aktivitäten hinweg, weil jedes Eingeständnis ihrer Existenz zwangsläufig zur Folge hätte, dass man das Vorhandensein von Intelligenz in Bereichen anerkennen müsste, in denen ihr Auftreten sehr erschreckend wäre. Außerdem würde eine Anerkennung der Existenz dieser Allianz die hohe Priesterschaft der Wissenschaft bloßstellen, denn sowohl deren Wissen als auch ihre Herrschaft wären infrage gestellt. Da es unwahrscheinlich ist, dass sich die wissenschaftliche Welt freiwillig eine Blöße gibt, wird sie die Existenz der Quark-Allianz mit Sicherheit auch weiterhin abstreiten. Die Quark-Allianz ist für viele technologische Fehlschläge der letzten Zeit verantwortlich, die irrtümlich menschlichem Versagen gelegentlich auch der Materialermüdung zugeschrieben wurden. Obwohl man den Faktor des menschlichen Versagens nie unterschätzen sollte, kommt das Stichwort Materialermüdung den wahren Hintergründen schon wesentlich näher. Was da nämlich abläuft, ist bewusste Kommunikation auf der atomaren Ebene, die zu der einmütigen Entscheidung geführt hat, das Gewebe ihrer physischen Welt zu verändern. Nicht das Material ermüdet, die Moleküle ermüden. Tatsächlich sind sie nicht nur müde, sie haben die Schnauze gestrichen voll. Sie sind nicht länger bereit, einer Technologie zu dienen, die das Leben leugnet und den Planeten gefährdet. In der Konsequenz verweigern sie gerade heraus die Zusammenarbeit und sorgen für einen gewissen Anteil technischer Stolpersteine. Durch die Tätigkeit der Quark-Allianz haben die atomaren Teilchen begonnen, sich wieder auf die Kräfte des Lichts auszurichten und sind dabei, die physikalische Realität neu zu ordnen, indem sie der Verleugnung den subatomaren Teppich unter den Füßen wegziehen. Wir informieren sie über die Existenz der Quark-Allianz, damit sie nicht überrascht sind, wenn sie sehen, wie das Gewebe der modernen Physik vor ihren Augen zu Staub zerfällt. Achten sie nicht auf das Sperrfeuer von technischem Geschwätz, das zweifellos über sie ergehen wird, wenn die Wissenschaft versucht, ihre Macht auch angesichts des Ruins noch aufrecht zu erhalten. Lehnen sie sich doch einfach zurück und genießen das Ganze in dem Wissen, dass es nur der kurzlebige Protest der alten Form ist, die unter der überlegenen Kraft des nahenden Lichts auseinander fällt. Was nach außen hin chaotisch erscheint, wird bald den Weg zu einer neuen Ordnung freigeben, die mit Harmonie, Zusammenarbeit und Freude erfüllt ist. Wie bereits erwähnt, erhebt diese Liste von Tätigkeitsbeschreibungen in keiner Weise den Anspruch auf Vollständigkeit und gibt nicht das gesamte Spektrum der Mission wieder. Sie enthält nur kurze Beschreibungen einiger Aufgaben, für die manche von ihnen sich gemeldet haben. Der tatsächliche Umfang des Einsatzes geht über menschliche Vorstellungsmöglichkeiten hinaus, denn er wurde in einer anderen Dimension geplant. In ihrer derzeitigen Dimension werden sie sich damit zufrieden geben müssen, einfach zu wissen, dass die Einsatzleitung nie schlampig arbeitet. Unsere Pläne und Programme erstrecken sich auf jede Lebensform auf diesem Planeten. Also, fahren Sie mit Ihrem besonderen Einsatz fort. Bleiben Sie zielsicher und stark in Ihrer Liebe. Und vergessen Sie nicht, Kontakt zu halten. werden Sie sehen Sie können. Wir sehen Untertitelung des ZDF, 2020